Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich euch mal ein bisschen was über die Schweizer Mentalität erzählen und wie hier in der Schweiz so sich gegenseitig unterstützt wird und wie Projekte eben gefördert werden. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne einen Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Liebst du die Schweiz so wie wir? Dann schau gerne mal in unseren Schweiz-Shop rein. Dort findest du Produkte von uns für dich designen mit allen möglichen Motiven, die du dir vorstellen kannst. Ein Design, viele Produkte, einfach draufklicken und dich inspirieren lassen. Von Caps, Beuteln, Pullovern, T-Shirts, alles was dein Herz begehrt. Den Link findest du in der Videobeschreibung und in den Kommentaren direkt unter dem Video. Die Deutschen. Die Deutschen sind eher eine Neidgesellschaft, muss ich sagen. Und da ist es eher so, ja, du siehst jetzt, hey, der hat eine teure Uhr oder der hat ein teures Auto oder ein teures Haus oder irgendwas. Da heißt es, ja, wie kann der sich das dann schöner leisten und so? Wo hat er denn das Geld dafür her und so? Was macht er denn da? Ja, und das ist so oft die erste Reaktion von vielen. Dazu kommt, dass wenn du irgendwas machst, oft gesagt wird oder so hinter dem Rücken, ja, so ein bisschen gelästert wird oder drüber gelacht wird oder so und ja, und einfach, das wird nicht so ernst genommen, ja, oder das wird ja eh scheitern und ja. Also sehr wenig Leute unterstützen eigentlich Projekte, die du machst oder die du tust, ja. Erst wenn du sehr erfolgreich bist und das funktioniert, dann lachen die wenigsten drüber, ja. Hier in der Schweiz war das für mich am Anfang sehr komisch, ja. Also wenn ich irgendwas entdeckt habe oder irgendjemand hat was gemacht, dann wurde immer gesagt, oh, das ist ganz toll und so, ja, das ist super schön und das ist ja klasse, was der da macht. Hey, hey, super, super und so. Auch wenn ich mir dachte, hä, also was der da macht, macht überhaupt keinen Sinn. Das gibt es doch schon. Wieso braucht es denn jetzt noch einen zehnten, ähm, ja, weiß ich nicht, Andenkenladen oder sowas, ja, keine Ahnung. Und es gibt eben Läden, zum Beispiel auch hier in Basel, die gibt es fast nirgendwo anders, ja. Es gibt Pfeifenläden, ja, oder es gibt einen Laden, da kannst du Stempel kaufen. Wer braucht denn heutzutage noch Stempel? Großunternehmen vielleicht oder so, ja. Oder ein anderes Beispiel, ich habe einen Laden entdeckt, da gibt es Siegelwachs. Nur Siegelwachs. Wer baut denn heutzutage Siegelwachs, so wisst ihr. Aber der Laden funktioniert eben, ja, und es ist genug Geld da, damit die Leute davon leben können und existieren können, weil sich eben unterstützt wird in der Schweiz. Und anfänglich ist das vielleicht schwer, als Deutscher damit umzugehen, dass zu allem gesagt wird, es ist so toll und so. Aber es ist eine sehr ehrenvolle Sache, muss ich euch ehrlich sagen, ja. Weil es ist eine Grundmentalität-Einstellung und du kannst einfach entspannter in dein Projekt gehen. Ja, du weißt, hey, die Bevölkerung, deine Freunde, deine Kollegen, die werden hinter dir stehen und du wirst von denen quasi supported werden. Die Leute werden das erzählen und so, die werden dann sagen, hey, da hat ein kleiner niedlicher Laden aufgemacht, ja, der verkauft zum Beispiel Ballons. Und dann wird eben immer zum Kindergeburtstag, zu Feierlichkeiten oder so, dann wird eben genau in diesen Laden gegangen und es werden da Ballons gekauft. In Deutschland, du hättest kaum eine Chance, mit so einem Laden zu überleben. Also, vielleicht im großen Stil, ja, weil die Leute das grundsätzlich billig wollen, ja, die meisten. Und hier ist eben noch so Qualität vor Quantität. Man muss natürlich auch sagen, dass die Schweizer das gewisse Kleingeld haben. Ich ticke mittlerweile auch so, ja, ich gebe auch mal 10 Franken für 100 Gramm Käse aus oder kaufe eben wirklich handgemachten Kuchen, ja, handgemachtes Brot und so. Bei lokalen Bäckereien, ja, ich gehe vielleicht zum Fleischer oder auf den Markt einkaufen in Basel, ja, super auf den Markt dort, ja. Kann ich euch nur empfehlen, hey. Und es gibt ein super Pilz-Resort, ja, beim Pilzhütli, könnt ihr mal gucken. Aber braucht ihr immer Bargeld, nicht vergessen, ja, kannst du nur Cash zahlen. Aber schmeckt 1a und da weiß ich, hey, es kommt von hier, ja, die Pilze sind aus den Schweizer Bergen zum Beispiel, ja. Es wurde handgemacht hergestellt und so und ich weiß, ich kriege einfach was Gutes auf den Teller. Anfänglich in Deutschland, ja, du wolltest es einfach günstig haben, ne. Und du musst natürlich auch ein bisschen mehr gucken auf dein Geld. Was ich sehr, sehr schätze, dass wenn du einmal in den Herzen der Leute bist und so, sie dich auch voll unterstützen. Und das eigentlich ein bisschen Kommunikation, Mund-zu-Mund-Propaganda vor allen Dingen noch, dein Geschäft zum Beispiel am Laufen hält, ja. Wir haben ja gleich um die Ecke jemand, der macht Taschen, ja, handgemachte Taschen, hat eine kleine Lederwerkstatt und so und dann macht er das. Und das funktioniert eben. Das ist eben was, was ich sehr schätzen gelernt habe an der Schweiz, dass sich so untereinander unterstützt wird, ja. In Deutschland hast du es vielleicht noch so ein bisschen auf der ländlicheren Region, ne, wo halt wirklich, ja, noch jeder jeden kennt. Aber ich sage euch zum Beispiel auch, Basel ist ein Dorf, ja. Ich sehe die Leute ständig wieder, ja. Ich kenne die Arbeitswege der Leute und so teilweise, ja. Das ist ganz spannend. In Städten wie in Berlin hast du so gut wie keine Chance, ja. Da musst du sehr viel auf Marketing setzen, ja. Du musst, ja, keine Ahnung. Also es ist einfach super schwer, in Deutschland teilweise ein Business hochzuziehen, weil einfach die Mentalität ganz anders ist, ja. Und ich habe das auch gesehen in einer Sendung hier im Schweizer Fernsehen, dort werden Investoren gesucht, ja, für Projekte und so. Und es ist an sich ganz spannend, dass immer wenn ein Schweizer kam und Investoren gesucht hat, er hat immer einen Investor bekommen, ja. Ob das Produkt jetzt absolut, ja, nicht Blödsinn war, aber absolut, ja, nicht nötig war quasi, er hat trotzdem einen Investor bekommen, ja. So. Und das ist natürlich sehr, sehr, ja, schwer zu verstehen, aber das ist eben wieder dieser Nationalstolz und dieses Unterstützen, diese Eidgesellschaft, ja, untereinander. Und das hat die Schweiz halt auch stark gemacht über die Jahre, ja. Und deswegen könnt ihr vielleicht auch verstehen, warum viele so ein bisschen skeptisch sind teilweise, wenn du hier als Zuzügler kommst, ja, und halt gleich so, boom, mit der Tür ins Haus fällst. Die Leute wollen natürlich sehen, dass du auch als Zuzügler jetzt die Schweizer Wirtschaft halt unterstützt. Wenn du das machst, dann bist du auch schneller in deren Herzen. Und das ist auf keinen Fall irgendwas Negatives und so, ja. Das ist für mich ein starker Kritikpunkt an Deutschland, was da halt nicht funktioniert, weißt du, weil viele den anderen halt nichts gönnen. Und ich stelle euch mal vor, jeder würde dem anderen ein bisschen unterstützen, ja, nur ein bisschen und so. Wie viel mehr Möglichkeiten es gäbe, wie entspannter du vielleicht durch dein Leben gehen würdest und einfach gar nicht mehr vielleicht den doofen Job machen würdest, den du schon seit Jahren machst, wo du eigentlich ausbrechen willst aus deinem Hamsterrad, ja, aber weil du weißt, hey, ja, die Leute werden eh über mich lachen oder so, ja. Und hier gibt es dann eben Läden, der verkauft nur Luftballons. So, und das funktioniert. Was vielleicht auch ein Punkt sein kann, warum solche Sachen funktionieren, ist der gewisse Wohlstand, der hier in der Schweiz eben herrscht, ja, und dieses Wohlstandsphänomen. Also, sagen wir mal, du bist hier in zweiter, dritter, vierter Generation Schweizer und du hast schon Immobilie vielleicht abgezahlt dann auf jeden Fall, ja, oder deine Großeltern, ja, du zahlst keine Miete mehr und nichts, ja. Und du hast einfach ein Grundvermögen vielleicht sogar, was du geerbt hast oder so, ja. Das ist natürlich in Deutschland sehr, sehr selten, ja, da natürlich durch den Krieg auch viel zerstört wurde und, ja, andere Sachen. Ihr wisst auch, es gab die DDR, da war Reichtum, Luxus gar nicht möglich, ja, und solche Dinge gibt es hier natürlich auch, ja, und dann kann ich mich natürlich leichter in, ja, neue, ähm, neue Unternehmungen stürzen. So, darf man vielleicht nicht vergessen. Auf jeden Fall, bei dem Video ist es mir sehr wichtig, wenn die Schweizer mal kommentieren, was dahinter steckt, wie ihr das seht, warum unterstützt ihr euch gegenseitig, warum findet ihr das so gut? Und, ja, ergänzt einfach mal meine Aussagen. Ihr habt jetzt so mal die Ansicht eines Zuzüglers, ja, und wie gesagt, ich finde es sehr schön, ich habe das mittlerweile verstanden, es hat wirklich eine Weile gedauert, so. Ja, aber man muss einfach, ja, man muss es, man muss sich einfach anpassen, ja, zulassen und, ähm, am Ende entdeckt man ganz neue Wege, die einem auf einmal offen stehen. Ergänzt mich gerne mal, würde mich sehr interessieren und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like da und abonniert kostenlos den Kanal, das könnt ihr direkt hier tun. Und hier oben verlinke ich euch weitere spannende Videos über die Schweiz und über das Auswandern. Vielen Dank fürs Einschalten, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.